So, Gott sei Dank seid ihr ja sowieso gewöhnt, dass ich jetzt nicht vor Freude übersprudel. Und dementsprechend, ja, dürfte also nichts weiter anderes sein als uns auch. Egal, wie die Stimmung da draußen ist. Ich habe Post aus Korea bekommen, die kam am Samstag an. Ich packe die jetzt erst aus und packe sie halt mit euch aus. Die ist von Jetztteil. Das ist so ein Online-Shop für asiatische Marken. Da kriegt man übrigens jetzt im Moment fancy Hütchen mit Plastik. So ein Plastikschutz vorm Gesicht, so ein Schild halt, so ein Plastikschild. Ja, ich denke mal, das wird die Mode der neuen Jugend oder so. Die neue Mode der Jugend. Obwohl mein Sohn sagt, nein. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich da Sachen hergekriegt, da warte ich schon seit Wochen drauf und die wollte ich euch jetzt zeigen. Ich habe hier zweimal Augenpatches, so Döschen. Eine ist für meine Mama, weil die hatte meinen Geburtstag. Und ja, sie ist eben noch älter als ich. Überraschung, weil... Jetzt gucken wir mal eben, ob ich das hier aufmachen kann, ohne hier noch etwas zu zerstören. Ich denke schon. Also da oben drin ist noch so ein Spatel, damit ihr das rausnehmen könnt. Nein, ich will das nicht aufmachen, weil, wie schon gesagt, ist es für meine Mama. Und ich habe noch welche offen. Und dementsprechend... Ne. Möchte ich im Moment noch das zulassen. Die zweite Frage. Aber... Aber... Da ist eben mit... Snail. Also mit... Ihr wisst schon, das soll ich, ne? Von den Schneckenschleims. Da steht Gold Snail Hydrogel Eyepatch is a soft hydrogel tube for excellence. Moisturizing, ihr wisst mal in Englisch. Nutrin, Nutrin, and when attached to skin it will provide elastic to tired eyes. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht kriegt ihr das ja hin, das zu übersetzen. Also es soll die Armen Augen halt feucht machen. Und nett zu den Augen sein. So war es gedacht. Die Firma kenne ich tatsächlich nicht. Esfolio. Von denen hatte ich noch nichts. Ich lasse mich mal überraschen. Zweimal. Dann habe ich, weil ich daran nicht mehr gedacht habe, dass ich ihn tatsächlich schon zu Hause habe als Backup, mir nochmal hier von Same, heißen die? The Same. Da, genau. Moment. Da, seht ihr das? The Same. Ein Typix bestellt. Also ich habe mir von The Same hier diesen Concealer geholt. Der ist in Rosé. Die mische ich unheimlich gern mit einem typisch farbigen Concealer, weil der hält das halt auf. Und das ist mein Ersatz quasi für diese Benefit Sache, die es ja nicht mehr gibt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ich mag den wirklich sehr gerne. Aber da ich nicht wusste, dass ich noch ein Backup habe, das ich gestern entdeckt habe, habe ich mir nochmal gekauft. Naja, was soll ich. Als nächstes ist die schon angekündigte Creme, Sonnencreme von Porito, die ich für mein Kind und für meinen Mann gedacht habe. Wenn ich daran denke, ich denke da wahrscheinlich dran, werde ich euch die Preise einblenden, die ich dafür bezahlt habe. Die ist jetzt nicht uncensed, also nicht ohne Duft. Aber ist eben auch von wegen SPF 50 PA++++ bis zur Unendlichkeit. Angeblich für alle Typen geeignet. UV-Schild, Brightening, Anti-Winkel, Calming and Masterizing, Low-Sticky, Mo-White-Cast, Water-Bast. Also auf Water-Basis. Water-Basis, super. Auf Wasser-Basis. Boah, mein Gehirn. Ja. Und auch mit Centella versetzt. Was ja angeblich der Haut helfen soll. Und da ich ein pubertierendes Kind da zu Hause habe, was schrecklich leidet, fand ich das eine gute Idee. Als nächstes hätten wir, da bin ich sehr gespannt, und da habe ich zwei Sachen. Eins davon war umsonst. Mhm. Und eins davon habe ich bezahlt. Ich würde mal sagen, das hier habe ich bezahlt. Das ist eine amerikanische Marke, tatsächlich. Die mittlerweile ziemlich viele Sachen, also der Shop hat mittlerweile relativ viele amerikanische Sachen übernommen, also amerikanische Kram. Und der gehört dazu. Und das soll ein sehr, sehr heller Pencil sein, den ich haben möchte für meine nicht mehr wirklich gut vorhandenen, nennt sich das, Lippenformen. Tja, hätte ich als pubertierende oder als Kind daran gedacht, nicht meine Lippen zu verfleddern und damit meine, quasi meine Lippenumrandung zu töten. Müsste ich jetzt sowas nicht benutzen, aber ich habe es getan und dementsprechend, oh, der ist super. Der ist super hell. Ja. Geil. Ja, jetzt noch funktioniert. Vielleicht habe ich meine Hände gerade eingecremt, und dann natürlich ist es ganz geschickt. Aber, ja. Ich weiß nicht, seht ihr was? Das ist super. Das ist klasse. Damit kann ich meine Lippen halt, also meine Lippenform ein bisschen wieder korrigieren von außen und von innen. Das freut mich, dass das funktionieren geht. Das ist gut. Dann, ich glaube, das erzähle ich jedes Mal, wenn man schnell ist und morgens relativ früh bestellt, nämlich um 4 Uhr, meine ich, ungefähr, kommen die Sachen immer von denen auf Instagram. Es hat auch manchmal seine Vorteile, dass man so schlaflos ist. Jedenfalls, wenn man relativ früh bei denen auf der Instagram-Seite guckt, haben die immer eine Sache für umsonst. das kann wie das hier ein Lip Liner sein. Ist das ein Lip Liner? Nee, ich glaube, das war kein Lip Liner. Das war ein Bl... Ja. Ähm, ah ja, ein Pinsel-Gel Liner. Also, kein Lip Liner. Gott sei Dank, weil... Moment. Das hier so ein rötliches braun ist. So ein Kupferton, würde ich sagen. Ja, ein Orange. Sehr hübsch. Also, es ist ein Gel Liner und der war umsonst. Die haben immer so 150 Stück von dem, was auch immer sie dort anpreisen. es kann alles sein. Ich habe schon Söckchen gesehen, Seifenschalen, ähm, Schminke halt, Mützen. Kommt drauf an, was sie gerade da eben stehen haben. Und, ja. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich das bestellt habe. Das Goodie, was man eben per Instagram oder über ihre App halt bestellen könnte. Äh, ich kann euch noch hier so ein Ding da reinsetzen, während ich hier dumm rumredel, wie die Pädel redel, und, ähm, so ein, also eine Abkürzung und wenn ihr die Abkürzung nehmt, da gibt es so ein Hutschein-Dings, dann könnt ihr 5% sparen und ich glaube, es funktioniert auch oft mit diesen anderen schon vorhandenen Sparkots, aber manchmal nicht, manchmal ja. Also, wenn ihr nichts haben solltet, womit ihr sparen könnt, könnt ihr versuchen, ob ihr damit oben drauf nochmal 5% bekommt oder halt, wenn ihr gar nichts habt auf der Seite zum sparen, kann man halt diese 5% benutzen. Ja, ich würde auch davon was kriegen. Ich weiß nicht, werdet ihr damit sterben? Gebt ihr ein Stück eurer Seele damit ab? Keine Ahnung, ob ihr ihn benutzt oder nicht. Das ist eure Sache. Ich mache jetzt auch den Link dementsprechend, der dann quasi sofort dahin führt. Wohl, setze ich auch da ran. So. Ja, ich bin kommerziell. Oh mein Gott. Tötet. So, abgeschlossen. Ja, ich bin heute wieder sehr lustig. Hahaha. Als nächstes hatte ich, weil ich irgendwie den So-und-So-Betrag überstanden habe, die dann auch gekriegt. Diesmal ist kein Bonbon, diesmal ist ein Waschbär. Und der Waschbär Refining Deeply Masked Rising. Also auch Feuchtigkeit, wie ihr seht. Feuchtigkeit. Das ist hübsch. Ich weiß immer noch nicht, ob die Maske auf der Maske drauf ist. Also, ob ich dann auch sehe wie das da. Weil ich bis jetzt von denen noch keine benutzt habe. Ich will sie immer abends benutzen, aber dann ist mir zu kalt. Toll, oder? Und als allerletztes habe ich mit einem wirklich dämlichen Aufkleber. Ich hasse das. Hätten die den nicht? Ich meine, das muss doch nicht sein, oder? So scheiße. Das ist ein Blush-Ladies. Einer, der noch zu ist. Und die Farbe ist, ähm, ja. Genau. Honey Yellow heißt der. Also den so Yellow habe ich mir gar nicht vorgestellt. Aber ich war neugierig. Und ich treche nicht auf. Gut, dann machen wir einmal hier. Schnipp. Schnapp. Ne? Ne? Die Frage ist, wer trägt sowas? Ich hatte ihn irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen anders verliegt. Naja. Und das war's eigentlich schon. Ja, das ist jetzt nicht wirklich viel, was ich eingekauft habe, gebe ich ja auch hinzu. Es ist nur das. Augenpads. Übrigens, da sind 60 Stück drin, Leute. Nochmal. Wenn ihr Augenpads mögt, wirklich mögt, dann kauft ihr euch einfach so eine Dose. Stellt die in den Kühlschrank und dann zwischenzeitlich holt ihr euch so ein Pad raus. Die schlabbern da vor sich hin und packt sie euch unter die Augen und der kommt da mit. Zumindestens, also wenn ihr jeden Tag eine benutzen würdet, würdet ihr einen Monat damit auskommen und bezahlt, weiß nicht, 15 Euro. Ungefähr zwischen 10 und 15 Euro kommt drauf an, was man gerade erwischt und wo man was erwischt. Natürlich gibt es auch noch teurere, aber, na, dann überlegt mal, 30 Paar in Einzelverpackung. Ihr habt hier sie in Dose. Das ist schon ziemlich cool. Okay. So weit ist gut. Obwohl man weiß ja nicht, wie die nächste Zeit hat mit dem Versand und mit dem Schicken und mit dem, ne, wohin sich die Welt entwickelt, das wissen wir ja alle nicht. Aber, falls sie noch einigermaßen so sein sollte, wie vor dem ganzen Corona-Entsetzen, ne, praktisch. Also, wie schon gesagt, zweimal. Dann eine Sonnencreme. Wie schon gesagt, da man ja nicht weiß, wie sich die Welt entwickelt im Moment. Bin ich jetzt gar nicht traurig drüber, dass ich die auch noch bestellt habe, während ich beim letzten Mal ja schon eine dabei hatte. Ne? Weil Sonnencreme braucht man immer. Den lieb ich, wie schon gesagt, der ist wirklich gut. Also nochmal, wenn man doch normal bestellen kann und auch nochmal die Sachen bekommt, sollte. Der ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich kann dir ja mal kurz den offenen holen. Moment. So. Das ist meiner, den ich im Moment in Benutzung habe. Und hier seht ihr die Farbe. Also ich knall mir sowieso nicht so viel Concealer drunter, weil es sich sonst aussehen würde, wie eine Porzellanpuppe mit aufgesplitterten, äh, Porzellan, ähm, also mit ihrer Aufmalung, so ein bisschen zersplittert. Weil, ich bin alt und ich bin trocken. Aber wie ihr seht, das Zeug ist schon, ne? Da kann man nicht meckern, oder? Also das ist der Brightener, deswegen auch rosa. Den mische ich halt mit dem, mit dem gelblichen Concealer oder mit dem dunkleren Concealer. Und, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das habe ich schon mit dem Benefit-Ding gemacht. Alleine würde ich sie halt nicht machen, weil dann doch alles irgendwie nicht so hoch aussieht. Aber, ähm, zusammengemischt finde ich die Kombination wirklich geil. Ja. Also dementsprechend freue ich mich. Darüber freue ich mich auch. Sehr. Ich finde das total klasse, Leute. Der ist richtig hell. Ja. Mundwinkel. Wir tun so, als hätten wir keinen zerfletterten, Mundwinkel. Ja. Super. Ja, und der hier finde ich, das ist eine Überraschung. Ich war ja ein bisschen knatschig eigentlich. Aber, die Farbe ist schön, ne? Also es ist so ein, ich hatte, es hat auch Goldsprinkel drin. Ich weiß nicht, seht ihr das? Das ist so ein, ich weiß nicht, ein dunkles Bronze? Aber hübsch. Gefällt mir. Und, er ist so, weil ich das hier benutzen kann, weil eigentlich bin ich dabei, jegliche, festen Eyeliner, bis auf Schwarz und ein paar Helle für in der Wasserlinie auszusortieren, weil, ja, Krokodilaugen kann man auch bis in die vierte Linie ziehen, weiß ich nicht, also kannst du bis zur Unendlichkeit ziehen und trotzdem hubbelt man über die Falten und dementsprechend kannst du dann mit einem relativ festen Eyeliner nichts mehr anfangen, weil das sieht einfach wie blöde aus. Du hast da irgendwie Lüben inzwischen und überhaupt und ich bin sowieso die Königin der perfekten Eyeliner. Ha, 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 Mann, Frage, Frau Unfug. Ja. La, la, la. Wie schon gesagt, ich hoffe, wenn die letzte, ähm, die letzte Dings ankommt, ich hatte ja im letzten Monat halt so ein Dreierding, wo ich dreimal bestellt habe, weil ich eine an der Waffel habe, ähm, hoffe ich euch dann mitteilen zu können, ob die Dinger an Gesicht haben oder nicht oder ob sie einfach nur so sind, wie sie sind, nämlich weiß. Gut, das war's. Das war mal wieder, ne, ein ganz tolles Video, nicht wahr? Ja. Und damit sage ich Tschüss, Leute. Und damit sage ich, nicht wahr? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020